Hallo zusammen und herzlich Willkommen bei Jokesclair. Mein Name ist Esther und ich zeige euch heute, was wir hier so machen. Wir sind eine meistergeführte Bäckerei im Sauerland in Brilon und haben uns auf das Backen von individuellen Logokeksen spezialisiert. Aber jetzt kommt erstmal rein. Vorab habe ich euch zwei Beispiele vorbereitet. Einmal für Privat und einmal für euer Unternehmen. Wer uns ja für den Kracher des Jahres beworben haben, möchte ich euch das Logo von Südwestfalen zeigen. Damit es etwas schneller geht, haben wir es natürlich vorab einmal vorbereitet. So sieht unsere Vorlage dann aus, bevor es in die Produktion geht. Und auf unserer Seite könnt ihr ganz einfach eure Kekse selbst gestalten, wie ich hier zum Beispiel für eine Hochzeit. Damit ihr auch wisst, wo das Ganze stattfindet, zeige ich euch erstmal unsere Backstube. Einfach mal mit. Hier habe ich schon mal für euch die frisch gebackenen Kekse hingestellt. Einmal für den Südwestfalen, der Keks. Und dann meine selbst erstellten Kekse für die Hochzeit. Mit der Dose zusammen natürlich. Hier habe ich schon mal vorab Verpackungsarten hingestellt, damit ihr einmal einen Überblick habt, was für Verpackungsarten wir haben. Achterbeutel, Viererbeutel, lose Beutel oder halt alles individuell mit Gramur. Und ihr könnt zwischen fünf Geschmacksorten auswählen. Wenn wir euer Interesse geweckt haben, dann schaut doch einfach mal auf www.kekscreator.de vorbei. Und bis dahin wünsche ich alles Gute.